Moin Moin, Timo hier von daytradertools.de und heute geht es wieder um den Strategiebilder. Heute zeige ich euch wie ihr mit dem Strategiebilder Strategien für gleitende Durchschnitte erzeugt beziehungsweise zusammenstellen könnt oder euch selbst bauen könnt. All das zeige ich euch jetzt in diesem Video. So gehen wir direkt rein in den Chart und machen jetzt hier mal den DAX auf. Das machen wir mal groß und entsprechend ich ändere jetzt hier mal noch die Farben, weil das gefällt mir nicht. Ich sage jetzt hier White AMP und genau. So jetzt mache ich als erstes folgendes und zwar ich lege eine neue Strategie an. Wieso, warum, das erkläre ich euch gleich, aber ich sage jetzt hier neue Strategie und nennen das DAX Long. So, hinzufügen. Perfekt und jetzt hole ich mir den Strategiebilder dazu. So, wie gesagt, ich möchte eine Strategie mit einem gleitenden Durchschnitt, also mit einem SMA oder EMA erstellen und als erstes packe ich mir dann mal einen gleitenden Durchschnitt auf den Chart. Also wähle hier Moving Average aus, Periode 8, Simple, also SMA und wähle hier noch eine andere Farbe aus. So, das ist also mein SMA, SMA 8, der jetzt auf dem Chart liegt und ich möchte jetzt folgendes machen. Und zwar möchte ich den Abpraller sozusagen vom SMA handeln. Also zum Beispiel, wenn der SMA jetzt hier nach unten zeigt und entsprechend der Kurs jetzt hier an dem SMA läuft, möchte ich, wenn er von unten an den SMA läuft, Short gehen. Beziehungsweise, nein, umgekehrt, ich habe ja hier DAX Long gewählt. Das heißt, ich möchte Long gehen, wenn er quasi auf den SMA von oben trifft. Also zum Beispiel hier, diesen Abpraller, also das Ding hier, das möchte ich gerne Long handeln. Also wenn er von oben auf den SMA trifft, möchte ich das Ganze Long handeln. So, wie stelle ich das ein? Ganz einfach, ich mache die Ease-Einstellungen auf, mache das jetzt hier mal ein bisschen größer, damit man das besser sehen kann. 130, 140, so, ich glaube, das kann man jetzt besser erkennen. So, ich gehe auf meine Slot-Einstellungen und wähle den ersten Slot aus und sage hier entsprechend Moving Average 1, Period, stelle ich auf 8, Methode SMA, Sloping Any, das heißt, hier kann man nochmal festlegen, Any Up, Down, also Any heißt, es ist egal, ob der SMA sich jetzt nach unten oder hier entsprechend nach oben biegt. Wenn ich absage, dann wird der SMA nur ausgelöst, wenn der SMA sich nach oben biegt und umgekehrt, natürlich Down heißt nur, wenn der SMA sich nach unten biegt. So, ich wähle aber ab, weil der SMA soll natürlich nach oben zeigen, nur dann möchte ich entsprechend einen Trade auslösen. Also, wie hier zum Beispiel, hier biegt er sich nach oben der SMA und wenn er dann von oben auf den SMA trifft, dann möchte ich quasi Long gehen. So, Trigger Distance kann ich sagen, soll ja entsprechend entweder später oder früher reagieren. Also Distance heißt, ich kann eine Punktzahl festlegen, wenn das auf 0 steht, so wie hier, dann heißt das, okay, genau in dem Moment, wo er auf den SMA trifft, wird entsprechend der Trade ausgeführt oder eine Distanz kann ich entweder mit positiven Werten sagen, okay, wenn er zum Beispiel 3 Punkte davor ist, 5 Punkte davor ist oder mit negativen Werten kann ich festlegen, wenn er muss den SMA mindestens um 3 Punkte quasi kreuzen, überschreiten, dann wird der Trade ausgelöst. Barshift 0 heißt, es wird der aktuelle Bar, also die aktuelle Kerze geprüft. Man kann auch Werte, höhere Werte eingeben, also bei 1 wird der vorherige Bar geprüft, bei 2 der Bar oder die Kerze vor der vorherigen Kerze und so weiter und so fort. Ich lasse das aber mal auf 0, sage ich hier entsprechend übernehmen. So, jetzt ist noch wichtig, dass ich jetzt hier Trade Direction Long auswähle. Ich möchte ja Long handeln. Trade Calculation, sage ich nicht Bar, sondern ich möchte, dass bei jedem Tick überprüft wird. Applied Price, also er soll den aktuellen Preis prüfen, nicht hoch, tief oder open, close der Kerze, sondern den aktuellen Preis. Order Type Single, ich möchte eine Einzelorder ausführen und Bars between Trades stelle ich auf 4. Das heißt, nur alle 4 Kerzen soll ein Trade ausgeführt werden. So, das passt alles soweit. Dann aktiviere ich das hier noch und klicke hier oben auf übernehmen, damit Ease entsprechend auch die Trades ausführen kann. So, also wie gesagt, jetzt passiert folgendes, wenn der SMA nach oben zeigt und die Kerze trifft von oben auf dem SMA, wird Long gehandelt. So, als SL stelle ich hier 10 Punkte ein, als Take Profit 20 Punkte, beziehungsweise was ich in der Regel mache. Ich nehme keinen festen Take Profit, sondern stelle einen Trail ein, zum Beispiel TA6, Trail Begin 20 Punkte. Trail Abstand 3 Punkte. So, das heißt, ich habe auf jeden Fall schon mal ein positives CRV von 2 zu 1, also 10 Punkte Stop, 20 Punkte Take Profit, beziehungsweise Trail. So, nun gehe ich aber weiterhin und mache noch folgendes, und zwar ich mache dasselbe in die Short Richtung. Also, ich habe ja jetzt hier Long ausgewählt, dass ich Long handeln möchte, wenn er von oben auf den SMA trifft. Das Ganze mache ich jetzt noch für die Short Seite. So, das heißt, ich mache mir den DAX nochmal auf. Machen wir das mal kurz klein. Und lege auch hier eine neue Strategie an, und zwar sage jetzt hier, neue Strategie, das nenne ich jetzt DAX Short. So, hinzufügen. Und mache entsprechend das Ganze jetzt noch für die Short Seite. Das heißt, ich ziehe mir auch als erstes mal den Strategiebilder auf den Chart. So, hier oben sieht man jetzt auch, da steht auch DAX Short und mache dasselbe für die Short Richtung. Das heißt, ich stelle wieder ein. Moving Average, Period 8, SMA. Und Sloping nicht Any, sondern jetzt natürlich Down. Das heißt, wenn der SMA nach unten zeigt und die Kerze quasi auf den nach unten zeigenden SMA trifft, dann möchte ich gerne Short gehen. So, Breaking Short, nein. Das Ganze muss Long gebrochen werden. So, was heißt das genau? Ich mache das nochmal kurz weg. Breaking Short, Breaking Long. Also, ich füge mir auch hier entsprechend die, den SMA hinzu. 8, Simple Close, okay, passt. So, und zwar, ich muss sagen, in welche Richtung er den SMA quasi kreuzen soll. Machen wir das mal noch ein bisschen größer, dann kann ich das besser erklären. Also, wenn wir jetzt mal diese Kerze hier zum Beispiel nehmen. Also, der SMA biegt sich hier nach unten. So, und ich muss jetzt in den Einstellungen sagen, okay, wenn der Kurs quasi hier, also diese Kerze, den SMA von unten durchbricht. Und in dem Moment ist ja diese Kerze hier, die hier, das ist ja eine Longkerze. Und wenn die Longkerze quasi den nach unten zeigenden SMA durchbricht, dann möchte ich gerne Short gehen. Klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Also, ich sage, ne, Sloping Down, das heißt, der SMA muss nach unten zeigen. Breaking Long. Also, wenn eine Longkerze den SMA bricht, dann möchte ich gerne einen Trade eröffnen. Distanz Value sage ich wieder 0 und Bar Shift sage ich auch 0. So, und jetzt in den Trade Einstellungen ist ganz wichtig, dass ich hier die Trade Direction nicht Long, sondern Short einstelle, weil ich möchte ja hier in diesem Chart Short traden. Trade Calculation stelle ich wieder auf Tick, Preis auf Preis, Single Order und vier Kerzen zwischen den Trades. Okay, klicke auf Übernehmen, damit das entsprechend auch auf den Chart übertragen wird. Und stelle hier wieder ein, SL10 Punkte, Entschuldigung, und Take Profit schalte ich aus. Und hier den Trail TA6, Trail Beginn 20 Punkte und Trail Abstand wieder 3 Punkte. So, schalte den Trail ein, mach das mal kurz wieder klein und lass mir jetzt mal die Fenster nebeneinander anzeigen. So, jetzt habe ich quasi meine einfache Strategie schon mal erstellt. Mach das ein bisschen kleiner hier entsprechend. Und zwar wie folgt. Ein bisschen größer, den wollte ich kleiner machen. So, ich habe hier in dem Fenster meine Longstrategie. Also, trifft der Kurs auf einen steigenden SMA, wie hier, dann entsprechend soll Long gehandelt werden. Auf der anderen Seite gleichzeitig habe ich die Strategie eingestellt, wenn der SMA nach unten zeigt und wird entsprechend von unten angelaufen, möchte ich Short gehen. Das heißt, ich handel gleichzeitig beide Richtungen und habe jeweils ein positives CRV von 1 zu 2, beziehungsweise 2 zu 1, also 10 Punkte Stop und 20 Punkte Take Profit. Und so kann ich definitiv meine Strategie schon mal laufen lassen und handeln beide Seiten immer, wenn entsprechend der SMA angelaufen wird. So, ganz wichtig, ich muss natürlich noch Auto-Trading aktivieren, damit das Ganze auch wirklich gehandelt wird. Das heißt, ich klicke hier auf dieses rote Kästchen, auf diesen roten Button, beziehungsweise ich kann auch hier unter Auto-Trading, Auto-Trading einschalten und hier das A muss auch aktiviert sein bei A, bei Ease. Und dann entsprechend läuft meine Strategie und ich kann quasi Long und Short gleichzeitig handeln und kann so meine Strategie, die ich mir überlegt habe, umsetzen, dass ich den SMA handeln möchte in der Long-Richtung sowohl als auch hier entsprechend in der Short-Richtung. So, das war eine erste einfache Strategie, wie man mit gleitenden Durchschnitten und Ease-Strategien bauen kann. Im nächsten Video zeige ich euch, wie man die Strategie noch ein bisschen verfeinern kann, wie man entsprechend auch sagen kann, ich möchte nur zu bestimmten Uhrzeiten handeln oder ich möchte nur bei einer gewissen Volatilität handeln oder möchte noch andere Faktoren hinzunehmen. All das zeige ich euch beim nächsten Video im zweiten Teil von Ease, die Strategiebilder handeln mit gleitenden Durchschnitten.